Super aufregend, super viel Input, man muss das erstmal alles ein bisschen sortieren, aber ich denke, wenn dann nächste Woche die Vorlesungen vorgehen, dann kriegt man langsam so ein bisschen so, dass man da reinkommt. Es ist ein bisschen erschwert natürlich. Ich finde, durch Maske und so, Mimik, ein paar Leute kennenlernen, ist ein bisschen schwer. Aber durch die 3G-Regel ist es eigentlich ganz entspannt, wenn man geimpft ist, dann kann man ja überall rein. Hat man auch schon wirklich viele Leute kennengelernt, alle sehr offen, sehr nett. Trotz Corona war eine 2G-Regel, also wir brauchen keine Masken tragen, was natürlich viel einfacher ist. Man kennt die Mimik der Leute und man kann sich die Gesichter besser merken.